Hallo zusammen! Ich befinde mich hier in Suramar und mag euch die Weltquest gesucht von Shax der Willensbrecher zeigen. Bin einfach hier den Weg entlang geritten hier durch und befinde mich nun an dieser Position. Ich brauche die Koordinaten. Ich zeige euch auch den Weg wie ihr zu ihm kommt. Lauf dann hier links entlang. Und noch mal links und dann rechts nach unten. Dann springe ich hier links runter. Ihr könnt natürlich auch laufen. Hier sind einige Mobs, die man auch besiegeln muss, weil die stirben sonst beim Kampf gegen ihn. Und der Vorschach selbst hat das ziemlich faustdick hinter den Ohren. Das ist er noch nicht. Das ist bloß ein Add. Äh, Litter Add. Beziehungsweise kein Add von ihm, sondern einfach ein Mob, der da oben steht. Wie man sieht, hier sind schon einige Leute. Alleine würde ich euch nicht empfehlen, die zu machen. Weil, wie gesagt, ich finde den böse. Wie man sieht, Spawnen hier diese Augen, die Strahlen von sich abgeben. Die machen sehr viel Schaden. Und ich habe mal wieder Tiago. Ich laufe mal hier weg. Äh. Wie man sieht, muss man den ziemlich weit ziehen, damit man mit den Augen nicht zusammenstößt. Na komm, viel hat er nicht mehr geschafft. Das war ein gutes Stück Arbeit, fand ich. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Ciao. 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 Ciao.